Wenn du den Blick zur Donau senkst, dabei an etwas Liebes denkst, still verharrst, wie im Gebet, ein Wunsch dir in Erfüllung geht. Zu lesen ist dieser Spruch am Schlögener Aussichtspunkt, der einen atemberaubenden Blick über das Naturwunder Donauschlinge bietet. Hier in dieser einzigartigen Landschaft eingebettet liegt das Vier-Sterne-Hotel Donauschlinge, ein Haus, welches sich das Prädikat Wohlfühlhotel redlich verdient hat. Entstanden aus einer ehemaligen Flößergaststätte, verbindet das familiär geführte Haus heute bodenständige Tradition mit modernem Komfort. Die herrlich ruhige Umgebung sowie ein Hallenbad mit Sonnenterrasse und Wellnessbereich bieten hier Entschleunigung pur. Dazu gehört auch ein Kosmetik- und Massagesalon. Freizeitmöglichkeiten wie Radfahren am Donauradweg Passau-Wien, Wandern am Donausteig oder ein Tennis-Match bieten ein tolles Kontrastprogramm zum Alltag. Für Familien mit Kindern gibt es noch diese wichtige Einrichtung. Auf der einzigartigen Donauterrasse, im Panoramalokal oder in den gemütlichen Restaurants werden Kulinarier mit Besonderheiten aus Küche und Keller verwöhnt. Dabei sollten, je nach Saison, die Fisch-, Spargel- und Wildspezialitäten nicht unerwähnt bleiben. Das Hotel bietet mit seinen verschiedenen Zimmerkategorien für fast jeden Anspruch ein zweites Zuhause. Seminarräume sowie günstige Pauschal- und Gruppenangebote mit attraktiven Inklusivleistungen runden das Gesamtangebot ab. Auf Wiedersehen im Hotel Donauschlinge. Donauschlinge 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 Untertitelung des ZDF, 2020